Einmal noch wollen wir auf diese ganz besonderen Tage zurückblicken. Wir haben Bilder gefunden, die man so noch nirgendwo gesehen hat. Einer wurde besonders gefeiert. Ja, die Saison hatte einiges zu bieten, als wäre die letzte nicht schon genug gewesen für unser Nervenkostüm. Aber jetzt freuen wir uns alle auf das Abenteuer. Bundesliga, Bundesliga, hey, hey. Genau, auf die Bundesliga. Eine Frage aber, bleibt uns der Trainer erhalten? Gut war er ja wirklich nicht, das muss man echt sagen. Also müssen wir echt überlegen, ob er den Verlänger, nee, Blödsinn, hat alles richtig gemacht, der Trainer überragende Arbeit geleistet. Dann werden wir so schnell wie möglich verlängern den Vertrag. Wäre also auch das geklärt. Nur einer wird uns sehr, sehr fehlen. Danke, Rusko. Und Peter Backhult merkt sich für das nächste Mal, lieber ein zweites Gewand mitnehmen. Es könnte ja eine Bierdusche daherkommen. Also, auf in die Bundesliga. Und so viel ist sicher, der Weg hat erst begonnen. Ja, wenn ich sehe, wie wir daheim sind, da waren nur 3000 Zuschauer im Stadion. Und angefühlt hat sich, wenn 20.000 drin sitzen, muss man sagen. Und ich glaube, da wird es sich richtig abspülen in Klagenfurt jetzt. Arte, 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 Arte! 2020! Arte, Arte! Ja! Applaus